In Cambridge, England, gibt es einen 32 Kilometer langen Kanal namens Old Bedford, der in einer geraden Linie durch die Bedford-Level genannten Moore verläuft. Das Wasser hat keine Unterbrechungen durch Schleusen und ähnliches und bleibt feststehend, was ihn perfekt dazu eignet, festzustellen, ob es eine Ausbuchtung und Krümmung wirklich gibt. Im späten 19. Jahrhundert reiste Dr. Samuel Robotham, ein berühmter Planetarist und Autor des hervorragenden Buches »Die Erde, keine Kugel«, zu den Bedford-Level und er führte dort eine Reihe an Experimenten durch, um zu bestimmen, ob die Oberfläche von stehendem Wasser flach oder ausgebuchtet ist. Samuel Robotham schrieb, Die Flagge und das Boot waren die ganze Fahrt über deutlich sichtbar. Ein Fehler konnte nicht passieren, denn der Mann im Boot hatte Anweisungen, bei seiner Ankunft an der Brücke ein Ruder zum Gewölbe hin hochzuheben. Das Experiment wurde um 15 Uhr nachmittags an einem Sommertag ausgeführt und die Sonne schien hell und fast hinter oder gegen das Boot während seiner ganzen Fahrt. Jede nötige Bedingung wurde erfüllt und das Ergebnis war in höchstem Maße endgültig und zufriedenstellend. Die Schlussfolgerung war unvermeidlich, dass die Oberfläche des Wassers über eine Länge von 9,65 km in Sichtlinie in keinem nennenswerten Maß fällt oder sich krümmt. Aber wenn die Erde eine Kugel ist, dann wäre die Oberfläche auf einer Länge von 9,65 km in der Mitte um 1,80 m höher als an den beiden Enden. Aus diesem Experiment folgt der Schluss, dass sich die Oberfläche von stehendem Wasser nicht ausbeult und daher die Erde keine Kugel ist. Auf der anderen Seite reicht dieses einfache Experiment aus, um zu beweisen, dass die Wasseroberfläche zur Sichtlinie parallel und somit waagerecht ist und damit die Erde nichts anderes als flach sein kann. Überall das Ganze Hoy